Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem Double Upload, technisch gesehen schon der dritte Upload heute, weil der Livestream hochgeladen wurde, aber der liebe KS hat ein neues Video hochgeladen und zwar Monika Bellucci, 15 Deutsch Rapsongs Smash Up mit ganz vielen Rappern. Leute, ich dachte, ich gebe mir das jetzt direkt vor euch, damit ihr jetzt am Abend nochmal ein schönes Video habt, um den Sonntag ausklingen zu lassen, deswegen, ja, ich will jetzt jetzt so schnell wie möglich hochladen, deswegen schauen wir direkt mal rein, Leute. Ich freue mich drauf, das Wettste, was wir von KS gesehen haben, war ja gesangtechnisch, nur gesangtechnisch, Leute, extrem stark, deswegen, wir gucken mal, ich bin gespannt. Zwei Mikrofone. Yo, was, was, wie nice ist das denn, Danogy und KS? LOL, es gab ja so kleinen Beef, weil Danogy ja einen Discord gemacht hat, offensichtlich, gegen KS, ähm, und, ähm, die so haben so ein, Beef gab es auch mal mit einer Story, wo sie sich anscheinend getroffen haben und blablabla, aber LOL, Freunde, wie krass ist das denn, das ist krass, das finde ich krass. Obwohl, nicht, das mit der Story war, glaube ich, Lena and Michelle, oder? Ich glaube, das war Lena and Michelle, ja, ja, aber die hatten halt trotzdem Beef, weil, ähm, Danogy halt das, ähm, von KS parodiert hat, oder? Aber krass, krass, Freunde. Vorankomm, vorankomm, auch nur auf dicke Bündel, Bruder, muss vorankomm, nice. Vorankomm, baby, gib mir mehr von dem, was du liebe nennst, doch, wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Freunde, was ist denn das für eine nice Stimmlage vom KS? Kenne ich so ja gar nicht. Mehr von dem, was du liebe nennst, doch, wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Was für eine geile Stimmlage, Freunde, oh mein Gott, krass. Zu vergessen, was war, ich pack mein Herz bei dir heute Nacht, ich hab dich auf mein Rad, dadadadadadada. Baby, du bist so nananana, nananana. jumps Pok. Freunde, wie nice ist das denn, wenn die beiden übereinander singen, zumindest gerade, hat es sich einfach so nice angehört. Richtig fresh. Who knows? Who knows? Richtig nice. Freue mich schön. Und auch ein nicer BJ im Hintergrund läuft. Passt richtig nice, Freunde. Ich bin überwältigt ein bisschen. Die beiden vor der Kamera zusammen zu sehen, hätte ich glaube ich nie in meinen Lebzeiten gedacht. Aber wie crazy ist das, Freunde. Mir gefällt es gerade unglaublich gut. Telefon, 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 Telefon. Passt nicht so gut rein, aber besser als gedacht. Also es passt jetzt nicht perfekt rein von der Geschwindigkeit her. Aber als ich jetzt eben kurz den Anfang dachte ich, oh das passt gar nicht, aber es geht. Passt relativ ein sag ich mal. Okay cool, sie sagt sie macht das nie, aber ich bin in dem Mund. Okay cool, okay cool. Ja okay, jetzt ist alles nice. Okay cool, okay cool, okay cool, okay cool. Oh, Freunde. Was haben wir denn hier gerade für ein Mashup in einem Mashup drin, Leute. Das muss ich mir nochmal von Anfang an geben. Beste Stelle in meinem Mund. In meinem Mund. Wie chillig ist das? Oh mein Gott, Leute. Ich weiß gar nicht wie ich das gerade ausdrücken soll. Aber das ist das Beste, was ich je von KS gesehen habe, würde ich behaupten. Ich habe noch nicht viel von ihnen gesehen, aber auf jeden Fall das chilligste, fresheste. Und auch von Danogy mit das Beste, was sie bis jetzt gesehen hat. Das ist einfach, das ist einfach ein perfektes Video, was wir uns hier gerade ansehen. Meiner Meinung nach. Die Stimmen passen einfach so zusammen. Und diese Stimmlage, die Stimmlage von KS, diese raue, tiefere, die feiere ich am meisten, muss ich sagen. Monte Carlo. Ich hab den Mail von Ferragamo. Ich bin connected in Chicago. Ich hab zu so viel Pago. Diese fuck here, das kriegen kein Check. Diese Broke Bitches, give me a neck. Give me that. Diese Broke here, das kriegen kein Cent. Diese fuck Bitches, kriegen keine Love. Never that. Der Weg, Karam, das ist ziel in Alal. Give me that. Give me that. Der Weg, Karam, das ist ziel in Alal. Give me that. Wie du dich bist, ich weiß nicht. Das verstehe ich nicht, Leute. Der hat doch gesagt, Deutschrap, warum machst du jetzt auf einmal Spanisch? Ja, aber hä, du meintest doch vorher, ich kann ein bisschen Spanisch einbauen für die Girls und so. Du weißt doch. Warum machst du mich jetzt so blöd an? Weil ich jeden Scheiß vergesse, weil ich kiffe. Muss ich endlich aufhören zu kiffen, doch ich hab es vergessen. Weil ich zu viel kiffe. Baby, come on, groove mit mir. Denn alles, was du brauchst, ist hier. Gruusen mein Nacht in dein Revier. Bis um vier bleib ich bei dir. Ist das okay? Baby, come on, groove mit mir. Oh, schön. Denn alles, was du brauchst, ist hier. Gruusen mein Nacht in dein Revier. Oh, ich krieg grad Gänsehaut. Bis um vier bleib ich bei dir. Ist das okay? Okay? Das Ende, Leute. Unbedingt ein zweiter Teil. Freunde, das Ende hat noch mal alles gekickt. Ich hab jetzt immer noch Gänsehaut. Man sieht's wahrscheinlich nicht, weil meine Clam absolut schlecht ist. Egal. Kommen wir zum kleinen, großen Mini-Fazit, Leute. What? Das hat mich gerade so was von überrascht. Ich hab bloß gesehen, KS und was Neues hochgeladen. Ein Mashup, da hatte ich mich schon gewundert. Ich dachte ja, aber komm, hauen wir noch mal ein Upload raus. Und, oh mein Gott, Leute. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, da jetzt ein Video zuzumachen. Es hat mir den Tag versüßt. Es hat meinen Sonntag noch mal auf ein neues Level gehoben, sag ich ganz ehrlich. Als Danogy reinkam, hab ich mich schon übertrieben gewundert. Und hab mich so gefreut, dass die beiden was zusammen machen. Weil, wie gesagt, KS hat sich musikalisch auch hier noch mal um 100 Level gesteigert. Ich fand ihn nie übertrieben schlecht, muss man sagen. Seine früheren Songs hab ich nicht so gefeiert, muss ich sagen. Kein Respekt mehr, weil wir reden nur von seiner musikalischen Art her. Da war er schon on point. Aber hier perfekt, muss ich sagen. Ganz sicher perfekt. Wie er hier seine Stimme eingesetzt hat. Besonders dieses raue, bisschen dunklere hat mir mega gut gefallen. Und hat auch gut gepasst allgemein zum Beat, aber auch zu den Songs, die sie ausgewählt haben. Am Ende, das Ende fand ich ja auf jeden Fall am besten, wo sie kurz A Cappella gesungen haben. Oh mein Gott, wie gesagt, ich hab instant Gänsehaut bekommen. Und das ist schon krass, finde ich, wenn man sowas bewirken kann. Und nochmal krass, die beiden müssen mehr zusammen machen. Ich hoffe, ein zweiter Teil kommt. Allgemein, die Aufmachung vom Video war nice. Es war einfach fresh. Die Stimmen von den beiden haben einfach perfekt gepasst. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob KS irgendwie noch übertrieben geübt hat oder was er gemacht hat. Aber sowas möchte ich mehr von ihm sehen. Unbedingt, unbedingt. Auch mehr von Denogy in dieser Richtung. Diese beiden müssen einfach mehr zusammen machen. Und ich hoffe, es kommt ein zweiter Teil, Leute. Ich werde mich jetzt versuchen, so schnell wie möglich zu beeilen und das Video rauszuhauen. Deswegen, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 12 Uhr. Und jeden Tag um 12 Uhr kommt hier ein neues Video. Ich muss sagen, Leute, bleibt fresh und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.